Und zwar spielen wir einen Tag lang Yasang. Ich schwöre, ich komm nicht raus, ich mein's voll ernst, mach mal kein *** jetzt. Ja, komm mal her! Hahahaha! Ich habe einen Dämmer! So, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ja, wie ihr seht, hola, como esta costa, cuanta de cara culo de compo de esta. Du bist kein Spanier. Adisona te quiero! Und ich wünsche euch einen schönen, 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 wunderlichen, sonnigen Tag hier aus Alicante. Und zwar, Leute, heute haben wir was richtig krasses vor. Und zwar seht ihr hier schon in meiner Hand. Wow! Habe ich fünf UNO-Karten, ja, vier davon sind gelb und einer ist dieser bunte Joker. Und zwar spielen wir einen Tag lang Yasang. Das bedeutet, jeder von uns ist heute verpflichtet, was zu machen. Und jeder weiß auch, dass er die Aufgabe machen muss, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Wir stellen uns alle auf und zufällig, Leute, wir mischen die Karten und einer von uns wird dann diese bunte Karte hier ziehen. Das ist dann die hier, meine Nebenfreunde. Wer diese Karte zieht, hat verloren und die anderen vier dürfen sich aussuchen, was der andere für eine Aufgabe macht. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir reden gar nicht mehr lange. Und wir ziehen jetzt einfach mal eine Karte. Let's go! Jungs, ich würde sagen, einer von euch mischt mal erst mal fair. Nicht gucken. Wir ziehen alle auf drei. Drei, zwei, eins. Ey! Warte! Wapp! Ey, Digga, fängt ja schon an. Okay, willst du die nehmen oder ich? Ich. Okay, hier. Hast du gesehen? Warte, ich hab nicht gesehen. Warte, ich hab nicht. Drei, zwei, eins. Erster Aufgang, wie geht alle Valentino? Du kriegst die kaputte Karte. Hm, du kannst mich mal. Guck mal, seht ihr diesen Wasserturm-Bänden? Äh, was? Diese Fontäne-mäßig? Da ganz hinten? Ja. Also es ist auch richtig warm. Und wir haben auch keine Handtücher oder so dabei. Ich wäre dafür, dass er sich erst mal eine Abwühlung holt. Oh mein Gott, das ist ja so krass. Okay, Valentino, du kannst du uns kommen. Ich hab eine wunderschöne Aufgabe. Warte, 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 warte. Er hat uns doch gerade in seinem TikTok-Video gefragt, ob es warm ist. Ja, du hast doch gefragt, ob es warm ist. Ist dir warm? Ist dir auch warm? Ja, natürlich. Siehst du, wie ein Grund da hilft? Was soll ich machen? Wie wäre es, wenn du den Oberkörperfragen mit deinem kompletten Körper einmal reingehst? Time to say goodbye. Deine Aufgabe ist, genau jetzt dahin zu gehen und durch die Autos durchzulaufen. Okay, warte, mein Hut. Ich komm mit dir. Ey, es ist grün. Es ist grün, mein Gott. Runter mit Kopf. Ich bin hässlich, ich bin stolz. Ich bin hässlich, ich bin stolz. Ey, er wurde fast überfahren. Wie geht das nachher? Aufgabe gemeister, würde ich sagen. Okay, Jungs, Level als erstes. Auf drei zieht ihr alle den Herzen. Drei, zwei, eins. Wer hat? Oh! Ja! Ich würde sagen, du gehst erstmal weg. Ja, ganz, ganz hinten. Okay, Jungs. Teambesprechung. Was noch? Listen, listen. Ich habe eine sehr gute Idee. Wir verbunden seinen ganzen Kopf, dann bezeichnen nur seinen Kopf. Und wenn er dann ist, dann macht es genau wie eine Platte. Ja, okay, okay. Jamo, du darfst wiederkommen. Wir haben eine schöne Aufgabe. Dafür müssen wir zuerst zum Strand. Ey, naja. Was freust du dich denn nicht, bei schönem Wetter an den Strand zu gehen? Leute, ich bin echt gespannt, was ich machen muss. Ich muss zum Strand. Erstmal hört sich gut an, wenn irgendwas mit Wasser oder so kommt. Ich gehe ruhig mit meinen Sachen rein. Das ist gar kein Problem. Wallah, mir ist eh warm. Boah, sieht das nicht herrlich hier aus. Zeig mal, wie schön es hier aussieht, echt. Weißt du, was noch schöner ist? Dass wir dich jetzt bis zum Kopf eingraben werden. Was? Ich würde sagen, du hilfst uns sogar jetzt beim Buddeln. Let's go. Wir sehen uns, wenn wir das Loch gemacht haben. So, ich glaube, es gibt genug. Dann sind wir jetzt rein. Ja, ja. Kannst du ein Stück nach vorne noch so? Ja, so. Muss ja auch bequem sein. Genau. Krass. So, dann würde ich sagen. Oh, das ist ja voll schwer. Ey. Alter, wie schwer ist es dann? Guck mal, er kommt nicht raus. Ey, ich schwöre, ich kann mich ja gar nicht bewegen. Ey, Jamo. Das ist ja überhaupt nicht witzig, Digga. Ey, Jamo. Die Fahrt, ne? Von Mannheim bis nach... Nee, von Köln bis nach Mannheim. Digga, hör mal auf. Von... Hör mal auf, Digga. Von Mannheim bis nach Paris. Digga, ich kann mich sogar... Digga, ich kann mich sogar... Von Paris bis nach Barcelona. Und Barcelona. Bis nach Alicante. Oh, Alicante. Mit dem Fahrrad wohin? Mit Fahrrad auf Bergen. Komm kurz, Gruppenbild, Gruppenbild. So. Okay, sollen wir ihn raus? Schöne, was ist das Digga? Ich bin mal jetzt hier los, Digga. Guck mal, ich pack die GoPro hier rein, hä? Ich hab doch jetzt die Challenge gemacht, Digga. Guck mal, ich hab doch die GoPro da fest. Ich hab doch jetzt die Challenge gemacht, das reicht Digga. Ohhhhhh Ich glaube, ich bin fast zu warm. Ich glaube, er ist Hitze. So, du brauchst ne Abfüllung, ne? Ja, Hitze. Ejo, ich kann mich noch gar nicht... Du brauchst noch meinen kühlen Kopf. Ey, ich hab voll vergessen. Wir müssen in die Villa zurück. Ah, wo? Gib mal die Gaufe raus. Bruder, ey, wir müssen in die Villa. Ich glaub, du schaffst das hier alleine. Mach's gut, ne? Ciao! Ich schwöre, ich komm nicht raus. Ich mein's voll ernst. Mach mal keine S*** jetzt. Ja, komm mal her jetzt! Okay, wir wollen nicht so sein. Komm hoch! Puh! Einige haben Sand gebadet. So, meine lieben Freunde, ich würd sagen, wir warten gar nicht so lange. Und mischen mal wieder. Wieder auf drei. Ich will zuerst ziehen. So, drei, zwei, eins. Nein. Und umdrehen, in drei, zwei, eins. Ja. Oh mein Gott! Carlito! Carlito! Sag mal! Ich liebe dich, Bruder! Ich liebe dich, Bruder! Ich liebe dich, Bruder! Ich liebe dich! Okay, wir gehen! Carlito! Hey, komm mal her! So, du hast ja da die Brillen. Du musst versuchen auf Carlitisch, Jani. Du musst ja auch genau so reden. Versuchen, mindestens eine zu verkaufen. Du musst eine verkaufen! Am Anfang! Nein, nein, generell hier! Steh einfach hier rum! Carlito kriegt das schon in. Du brauchst doch Gasolina! Si! Let's go! Carlito, hast du Back oder was? Vamos, vamos! Vamos! Komm mal! Komm mal dahin! Hola, hola senyor! Stanglas 1 Euro! 1 Euro! Gib ihn, gib ihn! Gib ihn! Stanglas 1 Euro! Bele, bele, bele! Dior! Du viel! Du, Al Moreno! Oh, no, no! Stoll, you stole! No? No, no! No, no! No, no! We buy this for 100 Euro! 50 Cent! Komm, Scheiße! Was ist schon? Mi amigo! You need one for 50 Cent! He's not sure No, no! Because... I think that you stole for the... We have it on camera! We have it on camera! Here, brother! Say! Only one, only one! Only one? Best one, good, good, good! Very good! Say! Zack in Ray-Ben, Zack in DR on the... Yeah, DR, Gucci, Ferrari... Ray-Boom! 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 I don't like this! Which one you like? I like this? This? Like this one? Take, take, take it off! Ohhhhhhhh! Very good! Hey, boy! Also, der labert den einfach dicht, ne? Wir wollen einfach nur Probe kaufen! Gib ihm mal einen 10 Euro, Digga! Hey! Der Telefon! Da warst du geil! No, no! Sehr gut! So, Freunde! Runde 4! Ich würd' sagen... Misch mal! Ey, ihr habt doch eh was geplant! Ich schür'n, ihr habt eh was geplant! Nein! Nein, haben wir nicht! Nein! Ich habe Angst! Nein! Ich habe Angst! Ich zeig' mir nicht! Ich bin die! Oh, mein Gott! Der gibt's nicht selber! Oh, mein Gott! Der wollte aus! Ey! Zurück! Okay, so, Freunde! Was machen wir? Wir müssen was richtig Krasse sagen! Guck mal, wir brauchen das Krasse! Hör mal zu, hör mal zu! Guck mal, wir beide haben einen Mund! Wir geben ihm jetzt meinen Ding! Und er muss jetzt damit verrufen Geld zusammeln! Und er muss aber richtig peinlich tanzen! Oh, mein Gott! Der Junge kann da gibst du was! Wir haben es! Wir haben eine schöne Aufgabe! Guck mal! Wir haben eine schöne Aufgabe! Für diese Aufgabe benötigst du natürlich nur dein Körper und diesen Hut! Und deine Tanzstilz! So! Viel Spaß! Du sollst Geld sammeln! Du musst versuchen Geld zu sammeln! Du musst jetzt einfach hinlegen und tanzen! Oh! Good, good girl! Yeah, yeah! Oh! I spend money! Oh, mein Gott! Nein! Hi! Ah, jetzt hier! Hier, jetzt hier! Hier, letztes, letztes! Oder die zwei Jungen! Ich muss alles sagen! Yeah! Gut! Andy! Okay, ich muss sagen, er hat trotzdem sein Bestes gegeben und deswegen... Die Leute gönnen, die Leute gönnen wirklich... Er hat trotzdem sein Bestes gegeben, deswegen... Challenge bestanden. So, Freunde, war es knapp, ich filme jetzt von einer anderen Kamera, weil meine leer gegangen ist. Deswegen würde ich sagen... Letzte Runde. So, misch mal. Ich ziehe als letztes. Drei, zwei, eins. Also, ihr habt ja alle bestimmt geguckt, ne? Nein, nein. Also, ihr habt ja alle geguckt. Wer ist ja gesehen? Also, ich habe keinen geguckt. Ich habe keinen geguckt. Ey? Oh mein Gott, es ist... Janis hat andere. Ey, das kann doch bitte nicht sein. Ich war einmal hinterlander. Unglaublich. Geil! Ich würde sagen, wir passieren uns nach hinten. Oder du bist ein fairer Spieler und du übernimmst seine letzte Aufgabe. Übernimmst du? Janis, Aufgabe Ja oder Nein? Ja. Geil! Okay, Lara. Ich habe eine krasse Idee. Komm mal her. Komm mal her. Und zwar, ich schwör's euch auch an, so schade. Eine Stände dahinten, wenn man was verkauft. Ja. Da gibt's eine Mini-Gitarre. Die kostet 12 Euro aus so'ne spanische Karte. Und er soll in der Öffentlichkeit, also in so'ne restaurant oder so, spanisch singen. Stark. Und dazu spielen. Boah, der ist zu krass. Genau hier vorne warten. Ja, okay. Okay. Auf geht's. Assuti! Komm gleich wieder. Assuti, du musst hier warten. Wir kommen gleich. Komm gleich, ne? Okay, Leute, wir sind jetzt hier gleich beim Shop. Irgendwo genau gewartet. Da sind die Karte. Hola! Amiga, I need one of this. Perfekt. Peace. Bye, bye. Leute, Gitarre haben wir schon. Amo mio. Amo mio. Orla con te vas. Wo hast du das auf einmal geholt? Ich hab dir was kleines mitgebracht. Wie wär's denn, wenn wir nach da vorne zum Strand gehen, wo alle Leute sind? Und dass du dich einfach hinsetzt und richtig los, despacito, während du Gitarre stehst, zu singen, vor allen Leuten. Wenn du dich fühlst, dass du anfangen willst, kannst du anfangen. Despacitos. Es ist ja wie du, alle Despacitos. Aua. Es ist ja wie du, alle Despacitos. Despacitos. Ich hab keine Ahnung wie der Song geht. Ich hasse alle Spanier Spaß. Ich mache Despacitos. Despacitos. Es ist ja wie du, alle Despacitos. Despacitos. Es ist ja wie du, alle Despacitos. Alle, 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 alle. Okay, Aufgabe gemeistert, Digga. Jetzt kannst du jemanden mit der Gitarre hauen gehen. So, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wir alle waren heute am Start und jeder von uns muss da eine Aufgabe machen. Schreibt mal in den Kommentaren, wer hatte die beste Aufgabe von uns allen. Wer? Was sagt ihr so? Wer hat das? Janis, sag ich ehrlich, Janis. Janis war wirklich am witzigsten, Leute. Also, abonniert den Kanal, lasst ein Like da, schaut bei den Jungs vorbei und ich würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.